Hi, ich bin der Schweini. Beim Training schwitze ich sehr oft unten rum und es ist schon geil. Meine Mitspieler lieben das. Ich bin der Claudio und ich habe in meinem Leben schon viele schwitzende Fußballspieler gesehen, aber so einer wie Schweini ist mir noch nie unter die Nase gekommen. Dieser schwitzende Typ, er macht mich so glücklich, weil ich mag schwitzende Fußballspieler und in diesem Verein bin ich auch sehr glücklich. Ja, und mein bester Freund, der Rafinha, der legt das dann immer unten ab, dann werde ich immer richtig geil. Ich liebe das einfach. Du bist so dumm. Wer mag da Justin Bieber? Ich höre lieber Klassik. Wusstest du, dass mein ganzer Körper mega behaart ist? Ja, also ich bin ein Schwarzer und ich mag gerade die Behaarung von Ripperie. Ja, und ich mag sie auch. Jo, ich bin der Müller. Ja, seit kurzem bin ich mit aller was zu sagen. Ja, irgendwie eine scheiß Beziehung. Eigentlich wäre ich gerne mit Müller zusammen. Also, ich bin der Thomas Müller und wie jeder weiß, hatte ich letztens eine Beziehung mit Dieter Bohlen. Die war schon richtig geil. Wir haben zusammen richtig fett und ich werde hier geschwitzt. So richtig psch 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 psch. Und jeder weiß, wie der Schwulste von uns alle. Also, das war meine Vorstellung und ich liebe euch alle, aber richtig fett. Robo Jungs. Das war mir total gut. Schrauber dich. Oh, Scheik. Ever. Das sagt alles wieder? Oh, nein. Oh, nein. Ich habe es so etwas. Oh, nein. Oh, nein. Oh! Oh, nein.